schönen guten abend huch wie zu erwarten ah was denn jetzt wir wollen euch mal das spiel kreativwurst wenn es richtig euch brauchen uns näher bringen allen herzlich willkommen an alle halloo ach da seid ihr schon das haben wir uns kurzfristig mal runtergeladen das sieht ganz nett aus Minecraft Klonen habt ihr noch kurz was zu sagen wird hell glaube ich ne dunkel hell oder? ne es musste eigentlich hell werden ja wir werden jetzt einfach mal ein bisschen rum gucken wir haben halt vorher schon mal ein bisschen probiert und jetzt gucken wir einfach mal zusammen und bauen uns mal eine Hütte und eine kleine Basis und gucken was man hier alles so anstellen kann wo lang? ich würde sagen mal irgendwie ne vielleicht ein bisschen flachere Ebene oder sowas unterwegs können wir schon mal ein bisschen wat formen ja im moment da gibt es gerade technische Probleme hier hehehe wo lang? ich würde sagen mal irgendwie ne vielleicht ein bisschen flachere Ebene oder sowas unterwegs können wir schon mal ein bisschen wat formen hier liegt was Momentchen da gibt es gerade technische Probleme hier hehehe wo lang? wir müssen uns jetzt für jeden so ein Wutdingster dass wir was abbauen können was braucht man dazu? na wir krabbeln jetzt hier erstmal hoch und suchen mal dann irgendwo mal ne vielleicht würde ich sagen ne flache Ebene wo ne Werkbank ist wo wir gleich Platz haben wo wir bauen können und so die erste Besonderheit in dem Spiel ist dass man zwei Blöcke hoch springen kann anders wie bei Minecraft und aus dem Rennen 3 ja? genau boah und alles natürlich ein bisschen anders heißt und aussieht aber ich finde es ziemlich schmuck hier sind Pilze wer Bedarf hat wer noch keine Pilze hat erstmal aufsaugen damit er oh da unten ist ein dicker Krebs den sollten wir vielleicht umgehen ja siehste das wird natürlich nicht ja siehste das sind die komischen Teleportersteine müssen wir vielleicht auch mal erwähnen oh ja umschalten tun wir hier mit Schwert da haben wir ein Holzknibbel ja das ist ein bisschen anders als bei Minecraft ja das ist ein bisschen anders als bei Minecraft man muss hier mit Tab zwischen Bau Modus und also Abbau Modus und äh Schwert Kampf Modus sozusagen hin und her wechseln ich weiß vor Schreck gar nicht mehr wie jetzt das mit den Wood Ding ging also Quatsch wir müssen uns eigentlich erstmal durchkämpfen zu den Crafting Table oder? genau jetzt wirds ja hell ja verschwinden hier gleich so ein Upgrade schaffen dass man Steine oder so bauen kann ja genau was sind das hier eigentlich ach Snow steht da wie du aha da hinten brennt sie schon ja also wirds hell würde ich sagen quasi gut dann krabbeln wir hier gleich mal vorsichtig runter äh mit C habe ich irgendwie drückt stürzte kaum ab ja warte mal C ah zeigt doch so ach dann kannst du auch gar nicht runter fallen ne ja irgendwie war es so wie beim Minecraft das ist schon mal sehr gut ok hey wieso komm ich denn jetzt nicht schon ran hast du C drinne? ah ja hab ich schon raus ja ein bisschen was an der Tasse wohl auch schon hier hinten ist boah ich finds eigentlich ganz schmuck ja vor allem mit dem C hier gehts ein bisschen steil runter ich glaube wir sollten vielleicht hier ist dolle dunkel gehts auch nicht richtigen südwesten wäre so ein crafting table ja können wir da erstmal hinballern ja dann gehen wir da erstmal hin wenn nicht bauen müssen wir da halt ein bisschen terraformen aber gut ja was soll ich gleich mitnehmen hier ja was du abbauen kannst du damit vor allem die Pilze dass ihr hier noch zu pappeln habt und hier die äh die aus den Bäumen die Pflanzen sind auch noch sehr interessant blau rot und gelb für Tränke und et cetera hier sollten wir vielleicht noch ein paar Anfängersachen erwähnen mir fällt jetzt auch nur das gerade nix ein achso das zum Beispiel siehst du da brauchst du hier das äh fossile kann man ruhig die Knochen draus machen da braucht man das upgrade dann drauf zum aufsaugen oder wie das sich hier schimpft und Powerzell ja hier hat man halt anstatt mehrere verschiedene Werkzeuge kann man halt man hat sozusagen ne Powerzelle und je nachdem aus welchem Material die besteht umso stärkeres Material kann man dann noch abbauen hier sind Pilze genau und mit dem Handschuh halten kann man ja auch damit man mehr und andere Sachen halt aufheben kann ne die Werkbank ah hier sehr gut so ich brauch bloß noch Grasblöcke und dann kann ich die Werkbank abbauen dann können wir weiterziehen und zu ne schöne Stelle suchen soo das Spiel glaub ich schon aufgefallen ist das nicht wie bei Minecraft wenn ihr die Holzstämme abbaust dass der Baum in sich zusammenfällt der bleibt glaub ich oder ja hm wo ist er hin zack so und jetzt können wir uns ne schöne Stelle suchen ja mal gucken wo ihr seid ja ich hab mich ja gerade zu ihm gebild zieh dich ja so ah da ist noch ne Blume ah da hast du schon ok so dann würd ich mal sagen oh hier unten sind noch Pilze sind aber ich mir zeig doch noch ne Werkbank ein Papa oder willst du die na hier ist jetzt auch noch eine na du kannst doch noch nicht abbauen oder ach so ja wie war'n das jetzt na ich hab jetzt eine schon abgebaut ich würd sagen wir suchen jetzt erst mal ne Stelle wo wir denn in Ruhe wieso kannst du jetzt schon abbauen das raffe ich gerade nicht ich hab mir grad schnell ne Holzdings gebaut ich hatte schon alles zusammen ach so na da unten sieht doch ziemlich tief hier aus hier siehts ja eigentlich ganz witzig aus oder ja dann können wir uns das ein bisschen guck mal hier unter dem Berg so drunter sieht doch cool aus dann können wir uns hier das ein bisschen freiräumen hier einfach anfangen zu bauen das mal als ja Homebase oder so hier gehts schon ein bisschen tiefer rein zu gehen hier das sieht doch ganz gut aus oder? wir fangen hier an schon mal oben zu begraden hier gehts tiefer rein hier sind schon fossile und Kram da siehst du ne Höhle in der Nähe ist doch gleich gut wie warte man das Auto mal hast du schon irgendwo ne Werkbank hingestellt? ne mach ich jetzt Worte die stell ich hier vorne hin ich mach mal das Schweinchen nackig hier ja ja bisschen Leder siehste Rüstung wär vielleicht auch nicht verkehrt wenn ihr noch auf Yacht geht oder so hey ich kümmere mich jetzt erstmal um den Hausbau das wir wirklich in der Nacht Ruhe haben sonst das wurde sehr anstrengend wenn man ständig stirbt ich muss ja mal das komische Upgrade haben dass ich auch Steine und sowas sammeln kann die Werkbänke stehen hier da kannst du ja loslegen guck mal muss ja alles so ähnlich halten achja siehst du die gesamten Fortschritte die du schon gemacht hast mit dem Account die scheinen alle auch da zu bleiben ja egal auf welche Welt man joint jo das ist ja cool ich brauche gleich mal nen Extractor vielleicht zwei dann geht nur einer erstmal ich glaub ich bin wieder verwirrt im Prozess was wollte ich jetzt machen kann ich ihn sprinten? mit SHIFT SHIFT ok bitte mal die Holzstufen nicht rausnehmen die brauche ich zum Hausbau das jetzt hier in der ich hab vergessen was ich eben machen wollte ja die Sprünge die Sprünge die Batterie die Batterie die Batterie die Batterie kann ich mich mal bei dir mit hinstellen dass du ein bisschen guckst was ich nicht brachte ich bin sofort wieder da ich bin grad komplett raus so glaub ich brauche gut äh wie kannst du das Ding da hat doch schon ein Prozessor hingestellt da kann man Materialien wandeln die werden auch das ist gut bei dem Spiel auch gleich angezeigt was geht und was nicht ich weiß echt nicht mehr was ich machen wollte was ist hier los die Batterie machen damit ihr hier Steine abholen könnt ach so ja oh ich nur wo noch aber das hier was ich vorhin gesagt hat hier mit den Hölzstämmen und das der Baum fällt ihnen zusammen das haut hier nicht hin ne ne wie hießen die nochmal Maschinen war das ja stone mining gut ach so ja da brauche ich noch Erde und die komischen Ranken Erde oh der flitzt dann schön los ne ja die sind biste flink ja bitte mal das Material was da drin ist nicht rausnehmen das nehme ich gleich wenns fertig ist alles weg diese Lianen waren am hellen Holz ne die sind auch am dunklen ich habe hier das Moos glaube ich ne ja hier ist in der Nähe das Moos ja das war mit dem komischen Blumeneinbaum was konnte man da machen ja die brauchen wir auf jeden Fall was konnte man damit machen damit kannst du Tränke machen damit du dich heilen kannst und sowas und auch für manche Gerätschaften brauchst du das Farbstoffe kannst du draus machen ich habe hier Kohle gefunden das war mit dem Prozessor ja ja ich habe schon so ein Ding mit dem Extraktor ich habe schon den Dinger hatte und gleich haben wir gleich ein bisschen Kohle wo hast denn die denn schon her was hast du schon her ja ich habe vorhin gefunden ok ich brauche Ranken weg denn genau das sind ein Truffelschwein auch wie die Dinger heißen hier ein Truffelschwein ja die gelben so wir machen mal ein schönes das haben wir gleich Holz am besten für eine Truhe gleich oh ich weiß auch nicht mehr wie die geht so die gummischen Ranken sind die etwas selten aber ich finde hier gerade keine naja nicht nicht so häufig oh ich habe hier so einen grünen Neumel hier die waren noch recht gefährlich oder? das war nur ein Chameleon glaube ich kann ich den angreifen meinst du? kannst du es probieren glaube ja machen wir mal machen wir vorher ein Pilz weg ja haben wir auch etwas Ähnlichkeit mit Chameleon quietsch 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 oh ich habe gleich so einen Sinne wie von Yellow Flower ok Ranken Ranken noch so ein Vieh äh 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 so so machen wir mal hier ohne Platt die wären sich ja auch nicht da können wir es weg oder wie haha bleib doch mal stehen Mensch ich tu dir doch nichts ah wo ist denn Dings da wir waren das für Steinschwert oh hier ist auch schon wieder schöne Miene Ranken wo sind sie? ich finde keine ich glaube ich bin schon mal am Arsch der Wildtier ja oder ein Tour ja ich müsste aber auch mal bei dir bleiben dass man den Zuschauern quasi das denn auch noch zeigen kann dass du da so machst aber ich wollte mal eine Ranke haben wo sind sie? hier sind zwei Fossile hm hm irgendwie oh hier ist ein bitterböser Krabbenömel ah die zwei? ok die haben ich glaube ich gerade geklont schnell weg und das hier Fossile äh ich finde ich nur euch jetzt verschreckt warte mal ich kann mich doch teleportieren oder? und wenn du schon Teleporter setzt hast oder warte ich kann dir meinen setzen dann kannst du dich zu mir teleportieren ach ne ich hab noch nicht gesetzt warte ich hab meinen außersehen schon falsch gesetzt den kannst du immer wieder in Rede setzen jo dann kannst du zu mir das hätte ich vielleicht auch mal machen ne hier ist noch ein ähm crafting tale aber da kann ich natürlich nicht sagen warte mal über das Tee ja das ist natürlich auch ne gute Neuerung in dem Spiel oder was heißt Neuerung das ist ja eigentlich ein Alpha-Status im Gegensatz zu Minecraft die kann man sich jetzt zurück teleportieren habt ihr schon so ne komischen Ranken? oder was über? ne leider nicht die brauchen wir auf jeden Fall aber sehr dringend die Ranken das war doch für das Upgrade ja? ja jup ich guck nochmal für Du da da Ranken da mach ich mich vielleicht doch noch mal los ja das war immer den Grünen hier weg was sich quietschen so neck ich hm woh sorgten Na, bleib doch mal stehen! Sah mal wieder ein bisschen gut aus hier. Na, ist schon ein Schwert? Ne, noch nicht. Aber jetzt hab ich so eine Rankie gefunden. Ach, schwarz. Wie viel brauchten wir für das Upgrade? Einer oder mehr? Ne, einer hat glaube ich gereicht, ja. Mal sammeln mal so viele Ranken. Achso, bei dem ihr es jetzt in der Rankie habt. Aber ich setz erstmal meinen Teleporter stein hier. Aber wie gesagt, Einer Reich hier. Man kann sich ja dann zu allen... Du kannst es ja linear... nehmen. Was sind die Tüchels hin, Verschreck? Rausen. Boah, es dreht doch einmal her, oder? Ich fass es nicht. Na, endlich. So, dann haben wir den Extractor. So, Steinschwert fehlt mir noch. Stein und Woodroot. Tryin. Das könnte man alles umwandeln mit dem Prozessor, ja? Aber wie war das? Genau, da kannst du noch aus diesen Steinen und Holz kannst du dann Stufen oder Sticks sozusagen machen. Mit meinen Kopf vergleichbar. Und daraus kannst du dann wieder andere Sachen machen, wie ich jetzt hier diese Holzbretter für das Haus mache. Machst du aus diesen Stufen, Holzstufen. Du musst ja zum Prozessor der Kleen machen lassen, zu den Holzstufen. Und dann kannst du die in der Werkbank zu den Brettern machen. Ich hoffe jetzt noch, ich brauche hier. Äh, die habe ich jetzt. Ich muss jetzt mal einen Steinschwert haben. Ja. Toot. 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 Warte, hol dich raus. Toot. Müsste ich eigentlich für ein Schwert alles haben. Dann gehe ich am besten erstmal auf Jagd oder so, oder? Für Leder. Und... Brauchen wir noch... Noch ein Zweck. Willst du so hinbatschen? Wenn du kannst, ja. Na die Ranken brauchen wir ganz dringend. Können wir nicht weiter. Ach Mist. Ich brauche nur den Schwein. Wo habe ich denn das rausgekriegt? Ich brauche nur den Prozessor. Hä? Ach hier. Ne Quatsch. Bist du doof? Hab ich doch. Laufen. Ja. Du bruchst den Tee. Teleportierst dich zu meinem. Dann landest du bei uns. Bei dir jetzt, oder? Mhm. Weißt du noch, wie man der Schwein herstellt im Prozessor? Aus was? Aus was? Twine. Twine. Na ja, das machen wir aus den Ranken. Darum sag ich ja. Wir brauchen die Ranken. So. Ach Mist. Na gut, dann gehe ich doch nochmal auf Reisen hier. Was mache ich denn hier? Jetzt habe ich ja einen Touchdown gesetzt. Ja, ganz super. Oh. Okay. Man kann hier glaube ich auch, wenn ich das sehe, ich kann noch schon einen festen Teleporter bauen. Dann kann man den nochmal für unterwegs lassen. Ja. Hm. Oh. Mach doch mal Hände. Sinner. Leder. Schon mal gut. Wie sieht hier so schön die Chameleons aus? Haha. Jetzt habe ich eine Ranke. Jetzt bräuchte ich bloß noch so ein... Crafting. Eumel. Den könnte ich mir schnell ein Holzschwert bauen. Oder Stein. Brauchen wir auf jeden Fall Ranken. Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt hatte. Nee, ich glaube noch nicht. Ist das da duster oder was? Nö, eigentlich nicht. Kommt immer drauf an, wo du bist und wo die Sonne ist. Obst, die da hin habe ich gefunden. Ich habe hier Extractor. Mach mal einen Teleporter. Setz mal deinen Teleporter. Ich komme kurz hin. Warte. Uh. Falscher. Hat er. Hat er. Auf jeden Fall sehr gut. Sicher. Ich finde alles bloß nicht die komischen Ranken hier. Warte, bleib. Wo ist denn der Obsidian? Du musst jetzt mal hier... Direkt daneben. Du musst jetzt mal hier bleiben, den. Wieso? Dann warten, bis das abgebaut ist und dann einsammeln. Wieso? Wie lange habe ich schon den Extractor? Kann man den auch wieder einsammeln? Nee, der ist mit I-Mark dann kaputt. Achso. Da gibt es dann bloß noch den Adventures. Da kannst du zweimal abbauen, irgendwie so. Ich lesen. Mhm. Wie sehe ich jetzt? Ach, in der Ecke kann ich machen. Dauert, warte. 4,5 Minuten. 6 Stück. Dauert ne Weile. Kann ich dann in 4 Minuten weiter zurückkommen oder nicht? Ja, du kannst mich ja da wieder hin teleportieren. Nö. Ich finde die Kinderacken. Gibt es doch hier auch nicht. Das ist alles total duster. Ich glaube cool aus. Himmel haben sie auch schön gemacht, oder? Mhm. So wird es schon mal da dunkel. Der will nicht mehr. Von Blau, Glow, Glowpilz oder sowas, ja? Oh, ist so ausstoßt er hier. Ich hab noch nicht mal ne Fackel. Fünf, fünf, fünf. Da, Chameleonjagd. Yeah. Uh, gib auf. Was ist das denn? Okay. Wo war denn das Ding hier? Du 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 du. Du gräb dich doch schließlich ein hier, oder gräb. Mist, ich brauche hier auch ein Crafting Table. Oh hier ist überall dunkel, ich bin ganz alleine. Angst. Seh dich. Wer denn, wie denn, was denn? Die Terbinka da hinten rumhüpfen. Äh, dann brauch ich in der Zeit wenigstens eine Holzherbie oder sowas. Hier ist noch ein fetter Krebs bei uns im Haus. Das konnte man jetzt eigentlich nur aus dem komischen Laub machen. Oder das war ja das, oder das kann man mit den, aus den hergestellten, umgewandelten Laub machen. Das hätten wir da eh noch mal rausgefunden. Na, mit nem Bett. Echt? Aber es bringt nichts, also da kannst du nicht, dass es denn hell wird. Ach so. Komm vielleicht noch. Ja, oder man muss nen eigenes Server haben oder so, ne? Oder wie war das? Ne, Quatsch. Bei Minecraft war das, wenn alle pennen, ne? Ja. Weil unser Haus wird belagert. Ich hab noch was blaues gesehen hier. Warte mal, ich hab nen blauen Kreis. Ja, das hab ich auch gehört. Ja, das muss man vielleicht noch erwähnen. Ja. 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 Ich hab noch mal einen minute warten, hier auf das Obsidian. Oder was das war. Da, ich hab schon mal nen blauen Kreis. Oh nein. Die verhauen mich. Wie das ist? Der kommt plus kurz? Kann das sein? Der Kreis? Ja. Ich bin tot. Warum das? weil ich gerade schon sechs mal gesagt habe das war belagern werden am haus das waren alles krebse ich bin auch so ein bisschen tot kannst du hast auch einen todespunkt auf der karte wenn sie wieder hin ja wie habe ich in der hintergrundmusik obwohl die aus ist blauer kreis blauer kreis ja stimmt da kommt sowieso eine lichtseite hoch das sieht man ganz gut ich habe meine sache schon wieder komischerweise ich bin tot sehr eigenartig müsste ich ja in der nähe von der abhauerteil sein was ist ein vieh mit den dingern ganz schön wir müssen erstmal rüstungsschwerter bauen die sind ganz schön widerspenstig hier die teile noch ein teil jetzt nervt es aber ein bisschen bei mir sind hier bestimmt zehn stück und noch zwei woher legt mich hier und haus überall die laufen wir hinterher ich lock die da weg ich bin jetzt einfach nur so lange also die kriegen wir jetzt eh nicht alle mit immer kaputt schön dass sie mich eigentlich angreifen einfach wegrennen erstmal bringt doch schon nicht raus oh zwei stück oh was ist hier los ach doch hier ist alles voll mit denen ich bin doch relativ zügig schnell hinterher hier oder ich bin jetzt bis vier stück oder so und zeig doch rüstung und steinschwert muss man vielleicht am tars licht mal machen naja darum darauf warte ich jetzt auch bloß der saver naja darum warte ich jetzt auch bloß der saver naja darum warte ich jetzt auch bloß der saver keine pilze mehr haaa kann ich mir abhauen scheiße haaa oh die kommen hier nur so schnell nach ja wir müssen jetzt erstmal warten bevor wir irgendwas anderes machen das bringt jetzt unsere viele punkte wir müssen nervt sich jetzt hier nachts haus muss fertig werden alter was ist hier los ey raus aus dem haus auf keinen fall im haus da ist alles voll mit denen ich bin ja schon hier auf dem kilomanscharo ich seh schon schnee ich hab zwei erstmal gekillt oh jetzt bin ich am alten standort na super mir beam bei meinem teleporter pass auf weg warte mal ich bin ja tot ich muss aber wieder zurück ja du bist jetzt bei deinem teleporter raus gekommen du brauchst dich jetzt einfach nur zu meinem beam schildern das machen wir an wir machen das mal so so warte 30 minuten wir machen erst mal einen break hier